Oder wollen wir uns die Wohnhausrezepte an und auf der Insel bleiben? Nee, ich will das Ende erleben. Ja, es ist... Ich kann auch nicht ewig online bleiben. Ähm, sonst müssten wir uns alle mal kurz ausloggen und neu einloggen. Aber dann spawnen wir wieder wo ganz woanders. Ach stimmt ja, scheiße. Ja. Oh, der wohnt nicht im Fahrschluss. Nein, wahrscheinlich nicht. Kann man hier nicht irgendwo bauen? Nee, geht nicht. Du kannst nicht den Fahrschluss zurücknehmen, gar nicht. Man kann aber den Fahrschluss auch mal runterfahren. Nein? Nein. Unten kannst du auch nicht bauen. Geht nicht. Man kann nicht auf die Baurezepte klicken. Ja, toll. Und nun? Aber ich meine, dass im Fahrstuhl gespeichert wurde. Ja, dann testen wir es doch einfach mal. Lock dich mal aus. Okay. Schaut aber, sind beide weg? Nein. Nein, Deiner ist noch da. Nee. Aber warte mal. Nee, es werden mir auch nur vier Spiele angezeigt, wenn ich Tab drücke. Ja, bei mir auch. Das ist merkwürdig, dass der da mitgerechnet wird. Entweder hatte ich jetzt mit meiner Vermutung recht, oder ich habe verkackt. mit dem Fahrschluss aus. Mach die, 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 die! Äh, jetzt ist er weg! Nee, doch nicht, nee. Das durch das Eis sah das so aus. Du hast bald Zimmerverbot, wenn du so weitermachst Äh, Cassie Ich rede nicht mit euch Ist mir schon krass, dass du mit deiner Mumu redest, aber In der Aufnahme Ja, mitten in der Aufnahme, das kommt ein bisschen merkwürdig drüber Die sind ja schon gewöhnt, dass ich mit meinen Katzen rede Ja, die hatten sogar Schmauzen gehört, das hab ich extra laut gestellt in der Aufnahme Ich will jetzt diese Kack-Insel verlassen Sag mir die ganze Zeit inkorrekt Passwort Ja, dann versuchen wir es doch jetzt einfach mal so Gern, steht trotzdem eins von fünf da Ja, stimmt Ich glaub, wir müssen uns ausloggen, damit das verschwindet Ja, aber wir müssen erst mal gucken, ob das dann wieder alles weg ist, was wir bis jetzt gemacht haben Äh, ja, da müssen wir warten, bis Cybert reinkommt Die Sache ist, bei mir behauptet der, dass das... Hast du Caps-Log an? Nee Dann ist das Passwort einfach falsch Dann mach ich nochmal 4E8YB4666ABC01 Ich hab's mir dann probiert Ey, jetzt stehst du mit einem Fragezeichen beim Tab drinnen Ja Aber wieder eins von sechs Oh Gott, ich bin ganz woanders Ja, das... Eins von sechs Ich glaub... Bei diesem Zelt Wir haben das Art Fakatia Haben wir Alles meine Schuld Ja, toll, und nun? Nun spielen wir einfach weiter Was? Ich wollte das Projekt irgendwann beenden Aber was ist ein Ende ohne Ende? Ist ja jetzt... Tut da ja jetzt sowieso nicht mehr Ach, du bist ja noch am Arsch der Welt Aber... Wie? Es ist das letzte Zelt, wo wir gespeichert haben Wo du gespeichert hast? Oder... Ist das vorm Kessel? Oder dort wo... Wo ihr getaucht habt, hattet? Noch weiter rein, glaub ich Ich schau mal Ja Den geht mir auf den Herzen Ja, mir auch Ja gut Jetzt haben wir ein Problem Ja, das haben wir Ich werde mal bloß nicht online gucken Dann wäre es vielleicht nicht passiert Aber warum Kann man das nicht einzeln machen? Das wundert mich auch Weil was ist, wenn sich sonst einer für das andere entscheidet? Dann haben wir auf gut Deutsch gesagt alle verkackt Ich muss auch gleich auf Ja, wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir machen Entweder abschießen Was nicht geht Oder aber das da Das geht doch auch nicht Nee Braucht man da nicht auf für... Warte Ja, sechs Personen Ja Hängen wir fest Schön Das heißt Alles umsonst Und alles meint Dann eigentlich auch Auch über Wird Dann beenden wir es halt einfach Wir sollen ja jetzt sind nicht schlimm Ja Doch Weil Entweder das eine oder das andere Ende Ist doch Oh Mann Nee Wieso verschwindet das da hinten nicht? Das kann Das muss ja eigentlich jetzt spätestens wenn ich runter bin eigentlich wechseln Normalerweise schon Aber ist es eben nicht Und sperren kann man es also unterwerfen auch nicht Nee Nee, weil ich sehe nur fünf Personen auf dem Tab Wird schon Warte mal Kick mal mich No Kick Äh Ich kann dich nur sperren Entsperr mich und entsperr mich mal Nö Geht nicht Wieso Wieso geht das nicht? Jetzt wäre das so ein eingerechneter Gut Geht einfach nicht Tja, wir verbringen ja unser Leben oben Mit diesem lauten Pfff Wollt ihr sowas hier? Oh ja So, na dann Und dann Okay. Oh, come on, come on. Ja, das ist sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt allein auf dem Server bin. Ja, wir mussten den Server neu starten. Und ja, die anderen waren alle sonst wo. Ich habe jetzt mit einem Befehl gesaved mich dort, damit wenigstens ihr in den Aufnahmen auch dieses wunderschöne Ende sehen könnt. Und wir werden es uns jetzt gemütlich angucken. My next guest is a TV-star, author, and real-life plane crash survivor. Here, talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Tiba. Komische Zucken hat. Give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a set-up right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this, too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. Okay. I got my axe. I'll see you over here. Oh, like this? Here we go. Is he okay? Okay. Das kam uns doch bekannt vor. Das hat dann auch das kleine Mädel. Okay. 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 Das hat dann auch das geschossen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020